ARD Text im Auftrag von Funk 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 ich hab noch mal verschlüsselt er hat gibt es noch mal ob noch mal kleine sperma-viecher ja muss noch mehr meine flugbahn ist echt gut aber wenn ich noch ein bisschen höher okay ja halt einfach dein Schnauze dann dicke ich die jetzt ein viel spaß ich 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 frock hinterher okay natürlich der letzte wieder ein Kritt also ich hab noch ein mega digger vielleicht treffe ich den da oben dann ja ich wünsche dir dann schon mal viel spaß ja wieso ob warum treffen die jetzt auf einmal nicht mehr da ist ja rolle ja flame ihn nur noch mehr ja der mega digger jetzt auch schön max war auf dein niveau von jürgen beurtegen kommen ich helfe dir kein problem helft gerne ja der alex ist immer hilfsbereit ja kennst mich doch alles klar ich war eben jetzt ne dr scheiß lila ding da also roman wenn du 60 damage machst dann sind sie da und ich hab jetzt mal ich hab jetzt sie gemacht ich hab jetzt mal da nix ich hab nur scheiß waffen getroppt außerdem bauen halt ich hab nur scheiß waffen getroppt außerdem bauen ja ziel einfach ganz nach oben ich hab mir einen schutzwall gebaut kritisch kritisch mit dem deadweight ich schaue meinen eigenen stream an ja gut dass ich es auch mal mitbekommen hallo stream people ich bin's der orlex und der fickt euch jetzt anhalte nachdem ich beim ersten game mir so dachte ach lasst doch einfach den pausen screener es ist die biergene hausen screener deutsche sprache schwere sprache hatten wir auch heute bei uns in den kindern die haben sich so gemeldet er fängt an zu reden mit bemerkte checkt er nicht mehr was zu sagen will man eine frau stefan so ja du kannst gern noch weiterreden so lustig bei carina schreibt mir auch so wer hat mit den kindern auch richtig viel spaß ich weiß nicht was diese toll fanden einmal an der fußgänger ampel hin und her zu laufen der tobi war auch schon kurz vor bin du bist einfach vor das auto gesprungen oder der tobi ist einfach gegen die ampel gelaufen also bei mir leckt es nicht ich weiß nicht was er hat oh guck mal items so down wenn ich jetzt nur noch den richtigen ein punkt findet dann sind sie dort erst mit werbung machen dann kauf dir ein neues stadt dass er rein chattet sollte er doch einfach mal spielen klassisches ach so ein bisschen mehr an einmal über dem bieck das müsste doch jetzt treffen was ist das alles trifft der ein der eine ja sorry man ich kann halt nicht so gut ja was ich kann halt nix ich kann ja nix pp pp was hattest du für items wenn du noch ein bauender der ist aber gar nicht schlecht dann fahr ich doch mal in deine kiste rein also nur der bauender ist noch was gescheites alter wenn er jetzt trifft ne wir haben einen mini pinge guppies stone habe ich auch noch und einen roller mal zwei mal schauen was du bekommst so viel zu was leckt nicht ja wir haben einen hohen was hast du bekommen ich habe keine ahnung ich habe mich aufgepast bei dem roller hast du glaube ich bekommen er ist jetzt eh dun weiß auch nicht wieso ich einfach zu vr sie zu töten ich habe immer so lass mal gucken ob ich coole items findest nicht Level up, Level 50. Einfach so mega über den. Und sie liefen einfach. Water Balloon Trio. Hast du das freigeschalten? Ja. Hey, du spielst doch gar nicht mit Water Balloon. Hä? Oder hast du gerade mit Water Balloon gespielt? Ich hatte gerade einen Water Balloon auch, ja. Hör mir erst mal Kopf, weil ich muss singen. Ja, super. Da haben wir einen neuen Subscriber. Ja, genau, einen Subscriber. Aber es ist noch mehr, warte, ich kann dir jetzt coole Klassikmusik reindrücken, okay? Hör einfach zu. Der eine heißt auch mal Farewell. Oh, ist die Musik nicht geil. Und da kommt der Beat. Hey, die Musik ist echt gut. Ja, warte, es kommt noch mehr. Ja, mach, mach's ja nicht zu laut. Ja, ich kann sie nicht einstellen, ich kann's nicht leiser oder lauter machen. Das fährt ja weg, der Bastard. Ja, halt deine Schnauze, Stimme, ich will weiter Musik hören. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Lass es dir gut gehen dahin Viel besser, oder? Ja Angenehmer Es wird noch lauter Keine Angst Ja Mir macht Spaß Hohoa hat gerade die Rippmusik Jetzt kommt die Musik Ich liebe diese Musik Die ist so geil Von welchem Film kommt die eigentlich nochmal? Das ist von irgendeinem Western Von Karl May Karl May, ja Jetzt treffe ich auf einmal nicht mehr, oder was? Also ich bin froh, dass er mich nicht getroffen hat Leute, hast nicht direkt getroffen So hört man sie im Faceform Warte, gleich kommt geilere Musik Wie besser, oder? Oman? Ja Findest du die Musik geil? Hältst du deine scheiß Schnauze? Schmeckt's da hinten? Ich hab immer noch Spaß Ja, ich auch Auch wenn nicht mehr so viel wie vorher, aber Und Down ist So Wollen wir hier nochmal Eigenwerbung Gritsch.tv Alles klar Nicht so laut Danke Heißt einfach Gott-14 Ich bin's Gott 14 Jahre alt Ja Der Regen hat gut gepasst Hat genau das getroffen, was ich wollte Ja, warum trifft der Armender Armender Kann ich ja jetzt wieder Musik reinhauen Nein Ich mach's aber leiser, okay Hast du überhaupt selber Musik an? Nee Weil ich ja eigentlich das auf YouTube holen wollte Oh Dann mach ich wohl die Musik Leber mal besser Ja, genau Mach erstmal von der Hotspiege Du machst das doch mal? Aber wir können auch gern weiter so Musik hören Ja, ich überlege eh Aber ich würde jetzt gern noch das eine Spiel fertig machen Ja Ohne Musik Was? Ohne Musik Ach so Jetzt sagt es doch gleich Was soll ich das denn wissen? Wir können auch noch ein paar Special Effects einfügen Nächst mal wenn du einen hittest, mach ich Special Effects, okay? Wenn du einen hittest Du? Weil dann doch so viele übrig sind Ja, wenn du mal treffen würdest, dann wär er vielleicht nicht mehr übrig Ja, jetzt habe ich eine gute Chance, weil er fast zu meiner Flugbahn gefahren ist Ja, was für ein Special Effects Ja, geil Ein Fireball Fireball Ja, das rippt, gell? Spricht er vorbei aus Spricht er vorbei aus 22 ghostbombs bekommen dann ganz viel spiel das ist unfair, jetzt hat meine flugbahn kaputt gemacht noch ein bisschen spam mit bitte der späme ist real jetzt meine gescheite flugkurve hier 60 damit kommt er müsste ich jetzt auf jeden fall auf einmal machen habe ich da was auf der 1 liegen? warte kurz, Achtung ich will gar nicht wissen wie es sich im stream anhört kannst ja reinschauen ich habe ein feuerwerk geupgradet jetzt können wir nicht mehr verlieren das ist ein feuerwerk geupgradet